Nachdenkseiten Die kritische Website Nichts ist zu billig, um Wagenknecht zu diffamieren. Medien und Putins Putschplan für Deutschland. Ein Kommentar von Tobias Riegel. Laut Medien will Putin Deutschland zurückerobern. Mit nichts weniger als einem Putsch, angeführt von Links-Ikone Sarah Wagenknecht und den Rechtsaußen der AfD. Nicht nur die Bild wiederholte die letzten Tage fragwürdige Berichte von US-Medien über eine Einheitskolonne aus Linken und Rechten. Wagenknecht und ihre Pläne für eine neue Partei scheinen große Unruhe zu erzeugen. Sie und ihre Anhänger sollen also vorsorglich als russische Agenten diffamiert werden. Die Diffamierung von Kritikern der Kriegs- und Wirtschaftspolitik der Bundesregierung durch fast alle Journalisten und Politiker in Deutschland erreicht ständig neue Höhepunkte. Besonders im Fokus steht dabei Sarah Wagenknecht als eine der profitiertesten und beliebtesten Personen, die der gefährlichen giftgrünen Politik im Weg stehen. Die möglichen Pläne zur Gründung einer neuen Partei machen Wagenknecht noch gefährlicher. Vor allem in diesem Zusammenhang sehe ich die aktuelle Kampagne um angebliche Kreml-Papiere, nach denen Russland eine politische Querfront in Deutschland fördern wolle und Putschpläne schmiede. Zitate der Berichte folgen weiter unten. Mittlerweile wähnt man sich in der politischen Atmosphäre der 1950er Jahre. Kritiker des gefährlichen Kriegskurses der aktuellen Bundesregierung sind demnach Agenten Moskaus und Putins Erfüllungsgehilfen. Und solange ein Waffenstillstand Putin nutzt, muss das Sterben weitergehen. Dass die Forderung nach Diplomatie und Waffenstillstand eben nicht Wasser auf die Mühlen der russischen Propaganda ist, sondern ein Dienst an der Menschheit und an den Interessen der Bevölkerung Europas ist eigentlich selbstverständlich. Doch diese Tatsache soll vernebelt werden. Die aktuellen Kreml-Berichte passen da gut ins Konzept. Putins Kampftruppe – eine Einheitskolonne aus Linken und Rechten Die Berichte können an die nicht belegten Propagandakampagnen zu Russiagate in den USA und anderen angeblichen russischen Einmischungen andocken. Den Anfang nahm die Geschichte mit einem Artikel in der US-Zeitung Washington Post. Die Zeitung war 2013 von Amazon-Chef Jeff Bezos gekauft worden. Die US-Zeitung konnte laut Medien Dokumente einsehen, die zwischen Juli und November entstanden und sich im Besitz eines europäischen Nachrichtendienstes befinden. Auch die Bild hat anschließend in einem verlinkten Artikel über Putins Putschplan für Deutschland berichtet und darüber, welche Rolle AfD und Sarah Wagenknecht spielen sollten. Im Artikel heißt es, der Kreml-Führer will die Kontrolle über Deutschland zurück. Seine Kampftruppe – eine Einheitskolonne aus Linken und Rechten. Von Putsch ist dann allerdings weniger die Rede, sondern davon, dass Putins Strategen angeblich eine Vereinigung von Wagenknecht, Flügel und AfD erhoffen. Dadurch könne eine Mehrheit bei Wahlen auf allen Ebenen gewonnen werden, so die angebliche Kreml-Analyse. Die Zeitung schreibt außerdem, Zitat Ende Die Geschichte wurde nicht nur von deutschen Boulevardblättern übernommen, sondern auch von anderen Privatmedien, etwa dem Tagesspiegel. Auch öffentlich-rechtliche Sender wie der Deutschlandfunk haben die Geschichte etwa in einem verlinkten Artikel wiedergegeben. Die Tagesschau formuliert unseriös, dass so manches, was die linken Politikerin Sarah Wagenknecht zur russischen Invasion in der Ukraine zu sagen hatte, wie etwa bei der umstrittenen Wagenknecht-Schwarzer-Demo Ende Februar in Berlin im Kreml auf Wohlgefallen stieß, ist immer wieder angemerkt worden. Doch dass Moskau gezielt versucht haben soll, Einfluss auf die Politik in Deutschland zu nehmen, indem Russland das Bilden einer Allianz aus Wagenknecht, der extremen Linken und der AfD unterstützt, das ließ sich bislang nicht nachweisen. Möglicherweise hat sich das geändert. Der Washington Post liegen entsprechende vertrauliche Dokumente aus Russland vor. Kritiker der Regierung müssen nun Agentenstatus dementieren. Einen solchen Nachweis dafür, dass Russland direkt und aktiv das Bilden einer Allianz aus Wagenknecht, der extremen Linken und der AfD unterstützt, liefern die Berichte laut den bekannten Zitaten bisher nicht. Trotzdem, und obwohl mein Vertrauen in die Washington Post und in die europäischen Nachrichtendienste bei der Frage des Ukraine-Krieges extrem eingeschränkt ist, setzen wir voraus, dass die Dokumente und Zitate echt sind und dass sie immerhin zeigen, dass die Russen die deutsche Parteienlandschaft analysieren. Wäre es denn nicht seltsam, wenn die russische Führung die deutsche Parteienlandschaft nicht analysieren würde? Die zentrale Frage wäre also, ob jenseits dieser internen russischen Besprechungen tatsächlich aktive Einmischung praktiziert wurde und wenn ja, wie. Zentral wäre etwa, ob es Kontakte der russischen Strategen zur deutschen Seite gab und ob es die nur zur AfD gab. Dass Wagenknecht von den russischen Strategien überhaupt etwas wusste, das unterstellen die Berichte bislang nicht und berauben den Artikeln damit die eigene Grundlage. Trotzdem müssen die Beschuldigten aber nun dementieren, Wagenknecht sagte laut Medien, es gebe keinerlei Kooperation oder Allianz zwischen ihr und der AfD. Zudem sei die Unterstellung, es habe Austausch mit russischen Funktionären zum Schmieden eines Bündnisses mit der AfD gegeben, absurd. Auch von russischer Seite gab es ein Dementi. Dmitri Peskov, der Sprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin, fies den Vorwurf der versuchten Einflussnahme auf die deutsche Politik zurück. Wagenknecht wird als Bedrohung wahrgenommen. Vorwürfe der russischen Einmischung sind nicht neu, dadurch werden sie aber nicht seriös und haben auch nicht als bewiesen zu gelten. Diese Vorwürfe aber immer wieder zu wiederholen und in diesem Zusammenhang Namen zu nennen, auch wenn diese gar nicht in Kontakt mit der russischen Seite sind, das ist der einfache Weg, Kritiker der Gift grünen Kriegs- und Wirtschaftspolitik in eine gewünschte Ecke zu drängen. Wie eingangs gesagt, es weht ein bedrohlicher Zeitgeist. Kritiker sind Agenten Moskaus, ob sie wollen oder nicht. Positiv könnte man die Kampagne zur Diffamierung folgendermaßen einordnen. Wagenknecht wird als Bedrohung wahrgenommen. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.